hallo leute und herzlich willkommen zu einer weiteren folge hier bei cola das letzte mal sind wir durch diese große höhen labyrinth gelaufen haben den ein oder anderen geist gesehen haben sogar so eine art art gefunden wo ein zettel drinnen lag und sind auch wieder geradewegs rausgelaufen sind dann eine kleine kreuzung lang gelaufen wo ganz ganz viele lichter mannigen gelaufen sind und wir durch rauch laufen mussten und tatsächlich sind wir jetzt hier bei einer anomalie gelandet vermute ich jetzt mal und ich gucke einfach mal was geschehen ein baum in einer anomalie das sieht so aus wie eine anomalie weil das so art ja herrungenschaft hoffnungslos also soweit ich jetzt von videospielen weiß sobald man so ein flimmern sieht bedeutet es dass anomalie da ist so warte mal was haben wir da wir sind hier was sieht hier ist noch irgendwas grausiges ne ich vermute mal nicht kann man da nicht einfach weglaufen wo kommt ihr näher komm schon alter habe ich mich verjagt ach du kacke na 29 96 äh 36 ach keine ahnung warte mal ich muss kurz gucken und was mit 32 96 also diese gegner die werden langsam nervig ok bin ich hier safe neununddreißig 76 96 oder irgendwie sowas ja tatsächlich ist das irgendwo hier was das ist ein wald sind wir gerade irgendwie hier so durchgelaufen das ist möglich warte mal ich mal gucken wir laufen wir laufen richtungen osten also hier wahrscheinlich eher lang oh wo kommt der denn hier hast du uns gesehen ah dieses spiel macht mir ganz so fertig ok ah hier ist dieses wald hallo muss man bitte weggehen ok kann ich hoch ja doch muss ich können ach nö ach du kacke also hier gab es glaube ich einen waldbrand hallo das was ich gehe außen lang schön am rand alter alter du darfst mich gerne übersehen ich hätte nichts dagegen ist das ein wagerfeuer ist das ein wagerfeuer ich glaube das ist ein zelt wenn ich das jetzt richtig gesehen habe hoffentlich hoffentlich zelt zelt ah ok hier bin ich warte mal was von das ich glaube das war das leuchtturm da wäre glaube ich noch ein weg ich das ist tatsächlich diese stelle hier das mit dem verbrannten wald hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht gedacht ok ja zumindest bin ich jetzt hier also bin ich hier lang gekrochen ok da kann man zumindest den weg also da kann man wieder zurückgehen oder waren diese teilstecke nicht kapelle ach keine ahnung gut weiter gehts ok ok ach bitte schatten lass mich doch mal einmal wieder in ruhe eine kleine verschnaufpause von euch täte mir sehr gut das ist nicht kurz zum ich bin ich bin ich bin Ist das ein Tongeutel oder ein Tongeutel? Okay, ein Zettel, das ist schon mal sehr gut. Wieder ein bisschen einfach zu orientieren. Ausschnitte aus Logbuch-Einträgen von Dr. Ivan Bromsky. Okay, da ist das also. Also war das ein kleiner Zwischenstopp, also ein Zwischenauslauf. Ah, warte mal, war das nicht diese Koordinaten hier? Das würde sogar sehr gut passen dann. Ah, ich vermute mal ja. Gut, dann laufen wir doch einfach mal ein bisschen weiter. Aber wie ich das Spiel schon langsam kenne, erwartet mich hier schon was. Irgendwas wartet auf mich. Aber was? Das ist ein Hülle. Nee. Nee, doch nicht. Okay, das sind diese zwei Wege. Sprich also, ja okay, paar mehr Wege. Äußersten Rand am besten halten. Kann man nicht hier drauf? Ja, kann man. Da, da kann man glaube ich gar nicht hoch, oder? Ja, da kann man gar nicht hoch. Mal kurz gucken. Muss ich echt so in den... Ja, so im Kreis laufen. Das wäre dezent kacke. Wenn ich das wirklich müsste. Oh, das ist ein Durchgang. Ein Zettel. Ein Zettel. Ich glaube, ich bin bei diesen. Okay, das hört sich gefährlich an. Sehr schön. Wir sind in etwas, was du ein Hotel hattest. Zwei Personen per Bett. Wir wohnen um 9 Uhr. So, wo ist dieser Zettel? Dort ist das. Perfekt. So, das kann man wieder raus. Wann mal, ich gehe lang. Wann mal, wer das? Ja, das wird das hier sogar. Sehr schön. Dann wird diese Ecke hier auch schon mal abgeklappert. Und hier noch was? Nee. Einfach nur diese kleine Sarkasse. Sehr schön. Gut, dann kann ich ja wieder zurücklaufen und mal diesen Weg hier lang gehen. Gucken, wie es dort überhaupt ist. Nee, warte mal. Ich würde schon noch gerne diese hier abklappern. Aber wo bin ich jetzt am nächsten? Äh, 39... Äh... Äh... 45... 84... 84... Äh... 84... Och, nee! Bitte nicht mitten im Wald! Och, nö! Weißt du eigentlich, wie viel Bock ich da drauf habe? Das kann man wirklich nicht in Worten ausfassen. Nicht richtig? Äh, ja. Wohl. Boah, ich dachte gerade... Ja, komm, das ist ein bisschen präziser. Ich dachte, das da wäre so ein Schatten. Ganz, ganz kurz aus dem Augenwinkel gesehen. Und leider bin ich auch noch nicht dazu gekommen, die Einstellung so halt anzupassen. Äh, dass das ein bisschen flüssiger läuft. Also, es sind nicht solche Lags, äh, wie man das aus einem anderen Projekt kennt von mir. Es sind einfach solche Verzögerungen, wenn ich die Maus bewege und das eben in diesen Spielen überträgt. Das sind eben solche Über-, ja, Verzögerungen. Wie ich finde, sind die doch ein bisschen nerviger. Wenn man kann... Ah, das Sprecher sogar. Ach, da ist das. Na, da... Wo sind hier? Sind wir da einlegt und gelaufen? Ich weiß es jetzt gar nicht. Und morgen... Wäre ich hier. Ach, das wäre dieser Weg, ja. Das wäre... Diese drei... Diese fünf Steine waren das. Das sind diese... Ja, dieses komische Symbol hier. So. Ich wollte jetzt einfach nur... Einmal porten... Einmal porten... Beziehungsweise mal schnell reisen, damit ich... Einmal gespeichert habe. Dann, denn wenn ich hier wirklich wieder... Abnippeln soll... Dass ich zumindest dort wieder starte. Ich vermute, ich muss tatsächlich irgendwo hier was suchen. Ja... 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 Irgendwo hier muss das sein. Und da kommt das... Nichts... Es schief mit. Na, kommen die jetzt? Na, scheinbar nicht. So, ich kann mal ganz kurz... So, ich kann mal ganz kurz... Lass sich nicht gut dran... Ich kann mal hin... Ich bin jetzt mal ein kleiner... Risk-Taker. 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 Wo kommt das denn her? Ich kann das nicht wirklich ausmachen. Ah... Naja... Egal... Ich geh da mal weiter. Ich will mich hier nicht länger auffassen... Äh... Aufhalten. Okay... Jetzt ist die Frage... Komm ich... Okay... Das ist ein Grafikpark... Oh... Okay... Das... Spiegt eine Höhe... Och... Das ist ja... Wie gerne ich diese Höhen mag... Ach... Wie gerne ich diese Höhen mag... Oh... Wie gerne ich diese Höhen mag... So... Ein bisschen... Ah... Hier hinstellen... Okay... Die Wald habe ich jetzt auch gefunden... Jetzt 54,61... 54... Hier muss das sein... Ah... Ja... Doch... Es ist ein bisschen weg... Warte mal... Ich bin jetzt... Wo? Egal... Ich geh mal hier durch... Die... Ziste... Kaffee... Hier... Ja... Hier ist nichts... Es ist kein Kaffee... Dieser Wasserfall... Ich gehört... Ihr Ruck dich schon... Pan... Ah... Also nichts... Das ist ja nichts. Pass mit. Warum spricht hier jemand Pazel? Nee Okay Anscheinend ist da nicht wirklich was Besonderes Dass man solche kleinen Sträucher Hängen bleibt Das ist ein bisschen nervig Okay, da kann man nicht durch Da muss ich wieder durch die Durch den Wald des Grauens Am besten geduckt bleiben Gar nicht erst da hingucken Weil anscheinend, wenn ich irgendwie nicht hingucke Erscheinen die auch nicht Habe ich zumindest so das Gefühl Eine Sache, die ich an dieser Karte verwirrend finde Auch wenn ich Scheinbar kurz laufe Kann man doch relativ weit Auf der Karte voran Ich zeige gleich sofort Was ich genau meine Okay, hier ist ein Durchgang Okay, ich denke mal Da muss halt nichts kommen Und zwar Ja Nehmen wir zum Beispiel Diese Strecke hier Ich meine Es war so Als ob es wirklich kurz wäre Die Strecke Die ich da gelaufen bin Tatsächlich Tatsächlich Bis hier Scheinbar endlos langer Durchlauf Was doch ein bisschen verwirrend ist Ah, anscheinend war ich hier gerade eben Jetzt bin ich hier Eigentlich genau da, wo ich hin wollte Sehr schön Let's go Ähm, Bekreuzung Sehr schön In hier Ich würde Ja, ich bezweifle doch Dass hier irgendwas noch ist Obwohl hier so ein bisschen Danach aussieht Ne, auf jeden Fall Muss ich hier gerade aus Eigentlich nur gerade aus Ja, okay Oh, hallo Achtung Psychopath auf einem Fuß Ein gefährlicher Krimineller Ist aus der Psychiatrischen Anstalt Moskau Ausgebrochen Und wurde mitgeteilt Dass der Mann Hochgradig Geisteskrank ist Und unter Wahnvorstellung leidet Sind wir damit gemeint? Oder ist das schon Etwas härterer Gegner Als diese Runner Okay Das ist Kacke Da geht ein Weg Da geht Da geht Einrichtung geht es Wait Ich bin von Hier gekommen Da geht es hoch Da habe ich den Einen Zettel gefunden Hä? Dann bin ich scheinbar Hier Also jetzt bin ich Wo bin ich denn? Okay, es ist doch Sehr, sehr verwirrend Okay, ich komme von Hier jetzt Lauf Also guck jetzt Hier lang Ich gehe mal bis zu dieser kurzen Bekreuzung Das wäre hier Jetzt müsste ich Hier stehen Es ist echt Hochgradig Verwirrend Ich würde sagen Nicht hier lang Ich kann ja Komm, was gucken Morgen Hey, was Das wäre Westen Sprich also Tatsächlich Dieser Pfad Ich muss aber nach Süden Also Ja Genack Oh, ich sehe gerade Dass ich ein bisschen Platz hier Gut, Leute Dann wird das Mal ein bisschen Längere Part Denn ich will Jetzt möglichst Ein Checkpoint haben Um es dann Zu beenden Kleiner Höllen-Durchgang Ist hier vielleicht irgendwas Okay, vielleicht Hinter dieser Hau Ich höre einen Zettel Was ist denn los? Heute viele Zettel Oder was? Das speichert Ja, das speichert sogar So Wir haben den Wind an unserer Back Wir haben mit dem Lauf So Ähm Ich muss noch Hier Sie sind jetzt Hier Ach komm, diesen Weg Darauf Ich muss noch durch Ja Was ist denn das? Okay Jetzt Hellster Sonnenschein Es Ab und tief Dunkel Naja Egal Ich habe den Checkpoint Also Savepunkt Ich habe alles Was ich brauche Leute Mal Etwas Längere Folge Und Joa Ich hoffe Euch hat es Diesmal Gefallen Und Joa Würde mich Freuen Würde mich Wie immer Freuen Wenn ihr mal Den nächsten Mal Einschalten Würde ich hier Zu Cola Bis zum nächsten Mal Ciao Ciao